Wenn man, wie ich, mit der Einsamkeit konfrontiert wird, in ihrer reinsten Form und ohne die Möglichkeit, ihr entrinnen zu können, das kann einen in einen geistigen Bereich führen, in dem man, wie ich, die Gegenwart Gottes fühlte. Es existiert der Gott, von dem sie mir in der Schule erzählt haben. Und es existiert auch ein Gott, der sich hinter dem verbirgt, was uns in dieser Zivilisation umgibt.